Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, es kam jetzt einen Monat lang kein richtiges Video mehr, aber dieses Mal bin ich das ausnahmsweise mal nicht wirklich selbst schuld. Also, was ist eigentlich passiert? Ganz am Anfang hatte ich halt irgendwie geplant, ein Video zu Weihnachten zu machen. Ich habe mich dann schließlich dafür entschieden, ein kleines, nicht so aufwendiges AMV zu machen. Also habe ich mir da erstmal Musik rausgesucht, das Video geschnitten und dann habe ich es auf YouTube hochgeladen. Dann habe ich mir im Upload-Fenster einmal angeschaut, ob irgendwelche Renderfehler oder so zur Sicherheit nochmal drin sind, war aber dann nichts. Da gehe ich zur Sicherheit nochmal mit einem anderen Account auf meinen Kanal und dann habe ich das Video halt nicht gesehen. Das heißt, es wurde irgendwie nicht richtig hochgeladen oder so. Wenige Sekunden später hat mir dann ein Freund für mir das hier geschrieben und das war dann natürlich erstmal ganz super. Das Problem kannte ich allerdings schon von einem älteren Video, genauer gesagt von meinem Pokémon-Kriege-Video, das verlinke ich euch jetzt einfach mal. In dem Video hatte ich das Problem auch schon mal, da habe ich dann einfach einen Effekt drüber gelegt, über die Szene und dann war es gut. Ich habe mir da also die Stelle, bei der es geclaimt wurde, angeschaut und habe da ein paar Effekte drüber gemacht, das Video nochmal gerendert und hochgeladen. Dann habe ich es mir nochmal im Upload-Manager angeschaut. Dann wurde allerdings wieder Copyright-Claim auf das Video gemacht, allerdings auf eine andere Stelle. Also habe ich das Video nochmal genommen, nochmal diese neue Stelle bearbeitet und es nochmal hochgeladen und es wurde wieder Copyright-Claimt. Allerdings an derselben Stelle, das Ganze habe ich dann noch ein oder zwei Mal versucht, aber da war nichts mehr zu machen. Egal wie viele Effekte ich drauf gelegt habe, die Stelle wurde einfach trotzdem geclaimt. Also soweit dazu, warum das Video war, beziehungsweise ihr wusstet nicht, dass es kommt, aber warum mir jetzt länger kein Video gekommen ist. Ansonsten hatte ich halt einfach keine Lust, eins zu machen, aber ich wollte halt zu Weihnachten eins machen. Aber deswegen ist, wie auch immer. Jedenfalls, was ich an dieser Sache jetzt nicht verstehe, ist, was jetzt das Problem sein soll. Natürlich haben die Rechte auf ihr Urheberrecht, das ist auch alles im Urheberrechtsgesetz, das fällt leider nicht unter das Zitatrecht, was ich damit gemacht habe. Aber ich verstehe nicht, warum das geclaimt wird. Ich meine, das ist einfach nur ein kleines Weihnachtsvideo von einem Benutzer mit 5 Abonnenten. Das würde vielleicht insgesamt 100 Klicks machen, oder wenn es durch die Decke geht, vielleicht 1000. Aber ich habe Monetarisierung auch nicht an, nebenbei. Ich weiß nicht, was da bitte ShowPro oder wen auch immer schaden soll, dass die das jetzt claimen müssen und weltweit sperren. Die sollten halt generell auch mal was unternehmen, weil ich bin jetzt nicht unbedingt so der Einzige, der da Probleme hat. Weil überall wird halt alles von denen automatisch geclaimt, manchmal auch ohne Grund, manchmal mit Grund, manchmal sind sie im Recht, manchmal nicht. Aber es ist halt oft ziemlich unnötig, dass die das claimen. Was ich daran aber bis eben noch seltsamer fand, war, dass die Episode, aus der ich den ziemlich bearbeitet, also da habe ich einen Ausschnitt rausgenommen und den halt auch ziemlich bearbeitet ist, was ich vielleicht gerade mal zeige oder am Ende, wie auch immer. Jedenfalls, diese Episode, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier angefangen habe zu bearbeiten, war diese Episode komplett auf YouTube hochgeladen und nicht gesperrt. Also auch nicht irgendwie verlangsamt in einem kleinen Ausschnitt oder so. Die war wirklich in 100%iger Originalqualität und HD auf YouTube hochgeladen und noch nicht gesperrt. Als ich dann davon einen Screenshot machen wollte, waren sie allerdings mittlerweile auch gesperrt. Aber ich frage mich, wieso man jetzt so einen Unsinn zuerst sperrt und dann die komplett hochgeladen Episode zuletzt. Ich habe auch nichts dagegen, dass die komplett hochgeladen wurde. Also nicht, dass ich jetzt was gegen den habe, der das komplett hochgeladen hat. Ich habe eher was gegen ShowPro, wie sie ihre Prioritäten setzen, sage ich jetzt mal. Da kann ich es ja noch, da kann ich es halt halbwegs verstehen, weil da lädt jemand ihre Copyright-Inhalte ganz hoch. Aber ich verwende halt nur eine kleine Szene daraus. Ich verstehe es halt einfach nicht, was sie da getan haben. Ich wollte das jetzt einfach mal sagen. So, als Info irgendwie auch, als ich bin genervt oder so. Keine Ahnung, wie auch immer. Ich werde euch das Video, also das, was ich eigentlich hochladen wollte, jetzt nochmal zeigen. Allerdings kann ich es euch natürlich nicht in HD oder so zeigen, sondern nur in dem kleinen Bildausschnitt, weil sonst wird dieses Video hier wahrscheinlich wieder gesperrt. Ich werde versuchen, es ganz zu zeigen oder so. Sollte das nicht klappen, werdet ihr es jetzt halt nicht sehen. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und ciao.